Das ist ein genialer Film. Sollte man unbedingt mal gesehen haben. Großsache. Ja, schön. 6 Erfahrungspunkte. Damit haben wir 10 Erfahrungspunkte und können Recherche. Können wir das jetzt endlich mal auf 12 Erfahrungspunkte. 12 Erfahrungspunkte. Das würde ich dann doch lieber da reinsetzen. Ja. Akademisches Wissen. Ich brauche nur noch zwei Erfahrungspunkte. Diese zwei Erfahrungspunkte können wir bekommen durch... Ja. Wir machen ein kleine Schwätzchen mit einer jungen Frau. Das Buch Nord ist ein Buch über das Exil von Kain und seine anschließende Reise in den Osten. Das könnte also heißen, dass die Kui-Chin doch mit den Vampiren mehr gemeinsam haben. Konbamua. Demon. Konbamua. Ja, über den Hengiokai. Dogolizuka. Where? Hm, ich habe ihm gesagt, er soll sich mit mir auf dem Fischmock treffen. Da können wir ihn angreifen. Wollen Sie ihn mit mir mitmühen? Warum? Hm, weil ich ihm nicht traue. Mein Kontaktmann hat mir ein bisschen zu sehr zu einem Treffen gedrängt. ja lockt wir sollen züge einer den hengi okai dämon am fischmarkt treffen yuki wird dort sein was ist das für ein alarm ppp es ist im spiel Gut, jetzt weiß ich bloß nicht in diese Richtung, oder? Wie geht's aber? Jawohl. Diese Richtung. Ja, kleiner Umweg. Aber wir sollten eigentlich durchkommen. Ja. Was ist ja schon wieder da hinten? Gut, macht aber mir nichts. Hm, kümmern wir uns um den Hengi-Yokai. Ja. Yuki, du warst aber schnell. Moment. Okay, den Frosch im Hals beseitigt. Ich geh zuerst. Yuki, kommst du? Na, komm schon. Yuki. Hm, ich geh zuerst. Ja, aber ich soll alleine. Ist das kein Problem? Da ist er ja, da hängen wir auch kein. Ja, was ist denn so lustig, Arschloch? Sie leiden wohl etwas an Selbstüberschätzung. Ja, ich geh zuerst. Ja, ich geh zuerst. Ich geh zuerst. Ja, ich geh zuerst in der Hengi-Yokai. Ja, da ist ein Hengi-Yokai. Superhengi-Yokai. Ja. natürlich andere Klamotten. Ja, die Axt ist wohl ein bisschen effektiver als irgendwelche Schusswaffen. Und was wollte ich denn noch machen? Ja, genau. Ne, das ist nix. Lutung. Lutmacht. 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 Das war nix. Das war nix. Das war nix. Und dann. Lutmacht. Ja, da muss man den Weg nochmal machen. Also das war nix. Erstmal andere Klamotten. So, zweitens, ich nehme die Schroplinte, dann reden wir mit dem jungen Mädchen über den Hengiokai. Weil ich ihm nicht traue, mein Kontaktmann hat mir ein bisschen zu sehr mit einem Treffen gedrängt. Was haben wir an Kohle? Inventar, Bargeld 1 Dollar, das ist zu wenig, da kann man nichts machen. Na gut, raus und dieses Mal speichere ich direkt von Fischmark, damit das nicht... Gut, das ist natürlich wieder die falsche Waffe, ist ja klar. Okay. Ich hoffe mal, dass das dieses Mal besser klappt. Ich gehe zuerst. Alles klar. Einmal speichern. Und rein in die Bude. Und nochmal von vorne. Ja, und was ist da jetzt so lustig, Arschloch? Du bist beide hier, mein Hunter und mein Target. Das ist sehr einfach. Dein Opfer. Du wurdest auf mich angesetzt? Sie leiden etwas an Selbstüberschätzung. Ja, Yuki darf nicht sterben, das ist gerade eben passiert. Das ist gut. Und dann haben wir wieder die Waffe. Ah, Mann, die hat heute noch. Ah, Mann, 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 Mann. Ein Landhai-Mensch. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesehen und bekämpft. Ja, Mann, 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 Mann. Mann kann suffer without your health. Sayonara. War mir einfach new.